Hit Radio FFH. Neulich bei den Vögeln. Hallo, Frau Lachnöbe. Hallo. Lachen Sie sich ein Ast für den Nestbau? Nein, nein. Wir waren gestern bei Mario Bartgeier. Ach, dieser komische Vogel aus Berlin. Den müssen Sie sehen. Sein Programm heißt Hähne sind Schweine, Hennen aber auch. Nicht mein Humor. Ich mochte ja immer dieses T-Pfau-Total mit Stefan Rabe. Das ist doch wie Vogelgrippe. Hä? Danach kräht kein Hahn mehr. Neulich bei den Vögeln. Nur bei Hit Radio FFH.